ja und herzlich willkommen schon wieder zu einem neuen Tag Ovid Reloaded Folge natürlich mit dem Daniel an meiner Seite und ja er ist auch da ja und ja ich bin mal wieder in der GoLead ich weiß letzten Folge habe ich mich in die Aegis umgebaut und jetzt habe ich mich halt wieder in die GoLead umbaut weil ich es gebraucht habe also jetzt in der Aegis Folge erst wieder beim nächsten Mal gehen weil ich wieder jetzt zu Fall war umzubauen deswegen habe ich was erst wieder beim nächsten Mal ja heute habe ich schon mal eine Folge gemacht in der Aegis und deswegen wo fliegst du jetzt hin jetzt schleichst du gleich wieder von 1,6 komm wir gehen jagen ich wollte gerade auf die 1,6 ja deswegen logge ich dich gleich weg ja und deswegen husch husch weg weg nein ähm also dann habe ich heute ein bisschen was zum zählen ja 2,7 habe ich mal ein bisschen was zu erzählen weil die habe ich eh noch nicht erzählt also heute ist mir ja das Beste überhaupt passiert mal wieder mit dem Handler weißt du wie das so ist mit einer Steiger man tippt schöne Zahl ein ja dann zählt man nochmal schön die Nullen nach jetzt sag mir nicht du hast dich verzählt und dann hat man ein bisschen die Nullen verzählt und schon wieder aus 210 Millionen 2,1 Milliarde Credits auf den 50er Tanze das ist klar das ist ja 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 dein Ernst 2,1 Milliarden ja ja 2,1 Milliarde Alter, das war vielleicht einmal was. Da hast du dich geärgert, oder? Nur kurz. Ich hab mir dann nur so gedacht, was soll's. Wenigstens hab ich den... Hauptsache Tarnung. Hauptsache, ich hab's bekommen, ja. Egal, jetzt hab ich... Ja, die Credits sind jetzt ein bisschen unten, aber ja, ich seh noch was da. Ja, ein bisschen hat man ja immer, ne? Ja, 523. Geist da aus, so. Was? Ey, du hast mehr als ich. Okay, Wahnsinn. Nein, ein paar Milliarden sind... Ich hab nur noch 69 Millionen. Wirklich? Oha, weil wir sind noch ein paar Milliarden auf der Anzeige oben. Aber ich hab auch, ähm... Glaub, 25,50er Tarnung? Na, bist ein Kack, Nub, Alter. Ich brauch dich aber nicht. Ja, ich brauch's aber. Wolltest du eigentlich ja an unseren lieben Basic-General schenken, damit der sich im Fight gegen uns EMP Tarnen leisten kann? Man kann es Leuten nicht schenken. Natürlich. Natürlich nicht, ja. Wenn du ganz fest dann glaubst. Mit einer Menge Fantasie, Alter. Warum gehst du noch nicht drauf, Alter? Schau mal, der wär platzen gegangen. Da ist der Nächste, komm. Oh, okay. Alter, du bist wirklich so... Du bist das nicht. Mann, da fliegt man mit dir und dann krieg ich wieder keine Abschüsse. Ich sag's ja, wenn man nicht zieht, der ist, Alter. Und ich krieg den Abschluss nicht, dann bring ich dich um. Dann kannst du schön in den Norden von Deutschland kommen. Ja, da komm ich auch hin. Schau, ich brauch noch vier Zitras. Vier ganze Zitras und 60 Goals auf der Stinger-Karte, auf der 4-4. Das ist gut, wenn Space-Bullis ist. Ja, würde aber kaum los sein, denke ich mal. Ja, das ist mir scheißegal. Hey, können wir da noch alles oder so machen? Eins hab ich noch stehen. Keine Ahnung. Okay. Ich hab nämlich kein Geld stehen. Ich bin auch pleite vom Uri her. Ach so, ach so, ach so, ist das notal. Ich bin momentan ganz pleite. Dann können wir ein bisschen den Daniel moppen. Ja. So schön, Nico. Nee, nee. Auf der Suche nach einem Zitotel bin ich heute hier. Musst du mal auf 5.2 mit mir. Ja, ich bin nicht so der PvP-Killer. Nur an Sonntagen. Oh. Nachher MH am besten, ne? Ja. Alter, komm schon, komm schon. Ah, bäm. Ja, der Sonntag soll ja angeblich Checkpott Arena sein, oder? Ja, aber vorher ist keiner MH kleiner. Ja, ich weiß. Deswegen hab ich ein bisschen verkackt, aber keine Ahnung, ich werd Miet machen. Ich auch, aber wahrscheinlich nur mit einfach Boostern. Meine Booster sind im Jahr. Ja, die hab ich alle schon, die hab ich alle schon gespart. Gespart. Die sind immer bei mir da, die ich schon mal vorkauft. Ja, die halten noch ihre Tage. aber jetzt jetzt will ich jetzt fehlt man nur noch der also kappa buster brauche ich aber nicht sehr gut wenn ich in der jpa so lang durch halt bis die maha am sonntag noch da ist dass ich die letzten zwei runden noch damit machen kann mit extra glich ich habe nur uri dass ich mir vielleicht drei volle mal extra glichs klicken kann vorgleichen meiner haut ab mit eisrakete da kommt mir entgegen ist umgangen der andere fliegt rauf ans geht der andere von mir auch ab halte ich wollte gerade auf dein gehen ja da muss ich entscheiden was du willst ab ich liebe ich liebte flachs leute der feste die sowieso am stärksten ja wirklich okay ich guck da jetzt dann man übernissen die 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 auch spieler wird begonnen kommen wir haben mit ihr oder aber ich bin da immer was unnötig erwarten noch warte fliegt ja ich fliege jetzt noch zur sexus ich weiß nicht was du gerade vor hast aber ich bin da steht mein freund drin steht unser freund als du noch als xct noch aktiver kennst du noch diesen thomas mann er hat immer im chat rum geheult dass bitte xct die prox ausmachen soll ja die sind sowieso immer am laufen weißt du wie das ist ja weißt du doch auch bei xxct dann ist es so die haben immer noch programm am laufen es ist immer so mein klick botter lauf grad voll heiß damit meine ich meine maus wo ich einfach nur drauf klick und kriegst schon wieder so schnell oder war ja wirklich was die mit normal aus mit einer guten klick ganz mal diese hässlichen klick botter ja wirklich also ein blauer punkt fliegt schon wieder hinterher jetzt dachte ich da ist ja wenn wir in zwei rote punkte aneinander sind denk mir man sie ist ein spieler der was schießt da kommt ein nrp partner von mir raus ich glaube das ist die g der hat mich im lock und komische komische sache hier und dann ist nichts außer ein kristallin kennen da war nur was ein kristallinchen war da nur hier der synchro von die u bei mir hängt alles hinterher bei dir für mich nicht so 26 war mal wieder gar nichts rote hose gänse ist ja sogar am abend ist da nichts mal los und wir sind schon mal wieder an zeiten und tagen angelangt weil es einfach nur scheiß langweilig einfach langweilig ist ne kenn ich wir hocken alle wieder im gate wegen dem hässlichen zweiten ehre wegen der ehrebro wieder ja und ich sitz nicht am geht ja ich hab's nicht notwendig die rangpunkte da zu schießen ich brauchste aber ich hab einen uri ich brauch's auch ich hab das uri auch ich hab sogar die gates und die lust auch ich will noch nicht ja hab absolut keinen bock auf wer hat schon bock auf gates na das ist mir wurscht aber wozu brauche ich die ehre ich fight nicht dadurch besser ne das stimmt so na dann wer schon mit rsb fighter sagt ne ja ist so da er ist am ball oder jetzt ist mir wieder keiner am ball halt ich brauch meine golet abschüsse da was wäre er aber am ball ja die ist noch hier am ball alter da ist meine zitadelle und mich hast da kein wunder und die chance zieht er bekommt alter wenn das spektrum spektrum muss da dass das 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 wehner muss platzen komm schon bringt so um bringt so um dann ist mein abschluss denom ist geplatzt wird aber nicht deiner na war es deiner NEEIN leider nicht sag ich ja hm SF am ball uncool da ist ein guter ne ich kann den namen nicht mehr richtig identifizieren Red Diamond TV Red EMP und weg ja bin dran und komm schon und er ist platzen gegangen Alter was geht denn da jetzt Alter da gibt es noch einen zweiten Hab die Zitter da gibt es noch einen zweiten Alter wie oft die Tarnung als das ist ja abnormal Du hast einen zweiten Rat? Ne das ist dein Todesutel Ja Jürgen oder Sky ja das weiß ich die sind ja mit dran auf jeden Fall Alter ich hab nichts mehr schon da und die Hitpoints an 25.000 Hau ab man der kommt dir hinterher meine pet hat sich auch noch aufgehängt der will dich ja kann ja kann mich kann mich eh wollen ich warte nur das schau ich jump ich jump auf 1.1 und schon bin ich weg Du meine pet hat sich trotzdem aufgehängt alter das ist ja schon da zum kacken ach ja das ist big point da wartest du ja ich glaube ich ich gehe 4-5 glaubst du 4-5 ah nicht 4-5 sondern Piratenkarten sind zieht das glaubst ne ne boah geil aber er findet höchstens letztes mal ein paar SLP oh geil 2 vs 1 alles klamm grad wieder auf der Karte ne ne 3 gegen 1 ouch ach ach eigentlich wollte ich gerade jumpen aber ich habe Konfigwechsel deswegen ist das jumpen abgebrochen worden so gehe ich mal da hin ah ich muss noch warten oder kann ich schon jumpen darf ich schon jumpen bin ich der unterrichtigen lol ah jetzt jetzt ok hat rumgepackt ja petter sich total aufgehangen mache ich aber jetzt auch kein vlog deswegen ja nice marsis baller mal wieder auf mich drauf halt auf die SLP wande so muss das sag ich mal so muss das nicht immer gut wenn die auf dich drauf knallen ja auf mich ne ja ich bin ja wieder sooo gemein du bist du bist nur gemein ähm da ist einer hi Yannick komm schon komm schon komm schon oh ähm ja ja alter ja was ist da Upsi 288 333 158 mhm Autsch Schaut da habe ich jetzt meine Zitatel aber nicht so wie ich sie mir vorgestellt hab viel Spaß beim zerlegen halt ich weiß gar nicht auch wenn ich zuerst gehen soll alter ich werde da ach ist eigentlich scheißegal mal ach wirst du nicht die Zitatel das nicht vorher das weiß ich auch dass sie mich vorher blöb mal da ja aber vielleicht kommt noch vor das aber vielleicht kommt noch vor das ah das sind eh so viel Masis da alter können die nicht mal drauf gehen ich kann nicht mal da die Pet irgendwie holen wir haben aber nur zu dritt zu dritt haben die glaube ich in ihrer Speedcon 433.000 gedrückt die sind jetzt hier alle nein die Masis schießen nicht drauf ja die Masis die interessieren sich lieber für den Ball alter wenn ich in er die wäre ich könnte ich halt so schön meine abschüsse ich hatte vor nach erde zu wechseln ich habe zwei dinge bekommen aber mach ich nicht ja ich jump nochmal durch vielleicht relockt sich dann meine Pet ich hab echt wow Bock dass ich mich auslocken und so ach scheiß drauf dass ich die wow hier verklickt man sich ja nur ich hab schon wieder bissl was bekommen inklusive für jumpgutscheine ok wo ist denn der jetzt komm schon da genau ja komm schon komm schon jetzt platz aber alter der verliert ja gar nichts wer ja ich ich kenn mich schon selber nimmer aus red oder wer alle verlieren nichts mehr das sind zu viele ja und die ganzen Masis könnten da ruhig mal auch was tun ja deswegen bin ich auch an den meisten tagen ja einfach so unterwegs bei spaceball dass ich auch nur um geht steht und einfach warte bis was passiert oh und sammelt ja sammeln genau weil weil wenn dann wer kommt sind das nicht da steckt sich unter MG sind das nicht die kleinen die dann was tun müssen nein das sind dann immer die großen stand bild habe ich auch gerade gehabt ja geht es mal alle drauf da gescheit kommt es traut sich mal ein bisschen was alles laut halt das dachte ich meine pad wäre schon wieder vielleicht da wo fasst hat nämlich gekommen mit meinen letzten paar hitpoints wenn ich so irgendwie mal die die da hier zurückholen oh ist dein todesurteil geblattet ich sag putty put geh jetzt mal am ball rein ich will jetzt mal wissen wer am ball ist da eine pad die 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 kommt nicht wieder die ist im arsch ich will auch mich jetzt wie gesagt noch immer nicht ich reib mich halt nur so hoch oh 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 das ist so nervig wenn zu wo sind dann unsere ganzen Masis halt da im gate am gate und gammeln sich rein wetten ist es sowieso im gate na welche tauren die sind denn hier ach hier ist die cita tempest ich fliege auch noch mal kurz rauf zum ball und schau mal was los ist ich schaue da auch mal kurz rauf bin ich gespannt wer und was dort oben ist ah ja wir und ich habe jetzt mal die cita del weil das ist meine cita hier wo oma wer ist denn der standkont wieder nach ich geh sicher nicht aus dem standkont wieder raus sehr intelligent komm schon komm schon und jetzt verpiss dich jetzt verpiss dich alter ich habe das jetzt geklappt hat es geklappt ich wäre froh ich auf musste deine gewesen sein nein halt ich habe ich habe das war die falsche quest offen gehabt das hat zu feindliche spieler ein er auf 1 ding zählt ja aber ich hasse das auch mit den quest das sollte wirklich auch mal geändert werden dass sich das einzelnen rechnet überall ach egal vielleicht kommt sie gleich noch mal dann holen wir es halt noch machen sie wieder zu dritt an mir dran ernsthaft man das macht ja keinen spaß mehr ja ich sehe sie und wie dieser eine venum da glaubt nur wenn er da jetzt nur weil er zwei freunde hat wirklich aber da gibt es platz den habe ich da ist schon dort erwähnt ein typ ich guck mal rauf zum geld vertreten dann oben kann sich kann und die treppe rinnein und ja das ist zu nah für die zitter wieder wird denke ich mal weiß gemacht haben so zählten wir ja genau selber da mal ein bisschen zusammen ja gern mit so scheiß eisraketen ist das mal ganz geschissen da schauen es gleich alle das ist jetzt mal marsi power ja man sollte auch nicht auf die ganzen marsis gehen komm zu dir komm mal zu mir ich komme schon die ganzen vollidioten fliegen wir wieder in die slow mine ran aber sie haben ihn gekriegt das noch hässliche mg power ach hier ist eine 8 dabei sorry ich muss mir gerade eine 8 platten und alle mit wangs aber wie ist jetzt aber jetzt haben wir es ein bisschen zerlegt einmal das hat schon mal ein bisserl was gebraucht dass man es jetzt so zerlegt okay an den geht es keiner mehr die haben sich jetzt gleich soweit verpisst ja von oben blick mal zum ballen glaubt die kommen gleich noch mal ja die kommen fix noch mal sf willst eh wissen ich flieg mal rauf zum geht hier reicht's oder hier ja ja ist klar nein äh warum wird der nicht gesloten ja juhu oja 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 das ist gut das ist ja bäm mein abschluss der zählte zunächst zu diesen feindlichen abschliessen 13 von 70 wuhu ich lass mal lieber die zitter gestopfen weil dann kriegt die zittnicht dann zählt die nächste zitter dafür ja mach mal mach ich nicht mein sender so weil wenn du deine quest selber nicht nicht beendet weil du dir immer die falsche aufmachst ich hab ich ja am schluss habe ich vor den 70 auf der 44 gehen dass 69 goliath 69 zieht das killed und genau eine eine goliath schluss ach ja da sind sie wieder jetzt will der mocken oder was die wollen alle schon wieder ein bissel mich wieder mich wieder warte ich irgendwie glaube ich manchmal die haben 10.000 äh instas meinst du ein endliches insta ja das wär cool weißt du was cool wäre wenn jetzt wenn ich jetzt ein imp hätte was brauchst du nicht du brauchst keine imp ne aber sie gehen alle platzen einer nachher an dann bin ich froh man die machen wir zu der lauer ja aber erst jetzt alles sie setzen alles an gefechtsroben und so ein scheiß alter das verstehe ich meistens auch nie das ist ja unvorstellbar wie die was die was die für glück haben ja was der einfach nur für ein glück haben ja komm schon her bitte ich kriege ihn einfach nicht ich bekomme ihn einfach nicht oh ja da oben ist er oh ja dann todesutter mit dem hänger flogen hier oben er hat noch eine kombine ja komm schon komm schon bei er das bs geht drauf geht drauf geht drauf komm bam so geht das ah minus dann sicher einen punkt da ich die ressourcen cloud habe ok der wäre jetzt mal tot meine pet geht noch immer nicht ja typisch pickpoint und das bs ball ist jeder moment im tor anscheinend ach mal der ist doch schon im tor ja ist gleich aber ich möchte noch die ressourcen sammeln ich möchte noch mal die ressourcen sammeln ok eine ressource habe ich bekommen ok gut dann mache ich jetzt mal für heute und hier schluss und das war es mal wieder für diese Folge ja und beim nächsten mal schauen wir mal was wir da wieder machen spaceball hoffentlich ist dann mehr los ja vielleicht noch mehr mal schauen vielleicht filmen wir mal auf 426 los und meine citas aber bis dort hin wird es noch sicher lange dauern aber kann ja firma wechseln für dich ja es wird gut aber trotzdem bis zum nächsten mal haut rein und ja